Hast du jemals über die Feinheiten von Anziehung und Verbindung zwischen Individuen nachgedacht, insbesondere in Beziehungen mit Altersunterschied? Hast du dich jemals gefragt, welche subtilen Zeichen die Tiefe der Emotionen und Sehnsucht zwischen einer jüngeren Frau und einem älteren Mann zeigen? Wenn ja, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Begleite uns auf eine Entdeckungsreise, während wir uns mit den Nuancen von Liebe und Verlangen beschäftigen und die subtilen Hinweise und tiefgreifenden Gästen enthüllen, die auf eine tiefe Bindung zwischen Partnern hinweisen. Von fwertenden Blicken bis hin zu herzlichen Gesprächen, jeder Moment birgt einen Hinweis auf den zeitlosen Tanz der Romanze zwischen Generationen. Bleib bis zum Ende dabei, um die Geheimnisse von Beziehungen mit Altersunterschied zu entdecken und wertvolle Einblicke in die Sprache der Liebe zu gewinnen. Ob du deine Verbindungen besser verstehen möchtest oder einfach neugierig auf die Dynamik menschlicher Beziehungen bist, dieses Video verspricht wertvolle Erkenntnisse, die dich erleuchtet und inspiriert zurücklassen werden. Bevor wir beginnen, würde ich es sehr schätzen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir dabei helfen, die stoische Philosophie weiter zu verbreiten. Falls du noch nicht abonniert bist, empfehle ich dir, dies zu tun und die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren, damit du keine Videos verpasst. Wenn dir das Thema dieses Videos gefällt, kommentiere bitte mit der Nummer 1. Wenn nicht, kommentiere bitte mit der Nummer 0, damit ich weiß, dass ich ein besseres Video für dich erstellen kann. Nun lass uns beginnen. Erster Sie initiiert häufig körperlichen Kontakt, indem sie zum Beispiel sanft ihre Hand auf seinen Arm legt, während sie über seine Witze lacht oder sich nah zu ihm lehnt, um etwas in sein Rohr zu flüstern. Ihre Berührung ist nicht zufällig, sondern bewusst, um Momente zu nutzen, um die Wärme seiner Gegenwart zu spüren und eine tiefere Verbindung herzustellen. Ob es sich um eine beiläufige Berührung der Finger oder eine anhaltende Berührung handelt, vermitteln ihre Handlungen ein Gefühl von Intimität und Verlangen. Sie signaliert damit ihre Anziehungskraft zu ihm. Diese körperliche Nähe dient als eine Form der nonverbalen Kommunikation und drückt ihren Komfort und ihre Zuneigung in seiner Gegenwart aus. Es ist eine subtile, aber unverkennbare Geste, die auf ihr wachsendes Interesse und ihre Bereitschaft hinweist, die Kluft zwischen ihnen mit jeder sanften Liebkursung oder flüchtigen Berührung zu überbrücken. Zweiter Sie hält den Blickkontakt aufrecht und lässt ihren Blick auf ihm ruhen, voller Bewunderung und Verlangen. Ihre Augen sprechen Bände und vermitteln Emotionen, die Worte nicht ausdrücken können. Wenn sie ihn ansieht, ist es, als würde sie die Tiefen seiner Seele erforschen und versuchen, ihn auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Ihre Pupillen weiten sich leicht und verraten die Intensität ihrer Gefühle, während sie jedes Detail seines Gesichts in sich aufnimmt. Es gibt eine magnetische Anziehungskraft in ihrem Blick, die ihn mehr zieht, während sie die Wärme seiner Anwesenheit genießt. In diesen geteilten Momenten des Blickkontakts scheint die Zeit stillzustehen und die Welt verblast, sodass nur noch die beiden in einem stillen Austausch von Emotionen gefangen sind. Es ist ein Tanz aus Intimität und Verwundbarkeit, bei dem jeder Blick ein Schritt näher ist, um ihre Herzen füreinander zu öffnen. Und in diesen verweilenden Blicken offenbart sie ihre innersten Gedanken und Wünsche, lädt ihn ein, in die Tiefen ihrer Seele einzutauchen und die Leidenschaft zu entdecken, die in ihr brennt. Dritter ihrer Körpersprache spricht Bände in dem stillen Gespräch zwischen ihnen und strahlt eine Wärme und Offenheit aus, wann immer sie in seiner Gegenwart ist. Mit müheloser Anmut lehnt sie sich zu ihm hin, vermindert subtil die körperliche Distanz zwischen ihnen und lädt ihn in ihre Welt ein. Jede Bewegung ist bewusst und dennoch natürlich, spiegelt seine Gästen in einem Tanz subtiler Synchronisation wieder. Wenn er sich vorbeugt, folgt sie seinem Beispiel, immer bereit, auf seine Haltung und Ausdruck zu reagieren. Ihre Gästen spiegeln seine Wider und reflektieren eine tiefe Verbindung und Übereinstimmung, die über Worte hinausgeht. In ihrer Gegenwart liegt eine unbestreitbare Atmosphäre von Komfort und Leichtigkeit, als ob sie ihren Zufluchtsort in der Umarmung gefunden hat. Ihre Körpersprache strahlt Selbstvertrauen und Sicherheit aus und signaliert gleichermaßen ihr Vertrauen und ihre Verletzlichkeit. Mit einer Kopfneigung oder einer sanften Berührung ihrer Haare kommuniziert sie ihre Zuneigung und Sehnsucht, ohne ein einziges Wort zu sagen. Es ist eine stille Symphonie von Verlangen und Intimität, in der jede Bewegung ein Pinselstrich im Meisterwerk ihrer gemeinsamen Verbindung ist. Im Einklang bewegen sie sich, ihre Körper perfekt in Einheit ausgerichtet. Und sie offenbart die Tiefe ihrer Emotionen durch die Sprache ihrer Glieder. Es ist die Art und Weise, wie sie ihre Hand ausstreckt, um seine zu berühren oder sich für eine zärtliche Umarmung zu ihm lehnt, in der sie ihre Sehnsucht und Hingabe ausdrückt. Ihr Körper wird zur Leinwand, auf der sie ihre Wünsche malt und ihn einlädt, zwischen den Zeilen zu lesen und die verborgenen Tiefen ihrer Seele zu erforschen. Vierte Ihre Bewunderung für ihn kennt keine Grenzen, und sie nutzt jede Gelegenheit, um ihn mit echten Komplimenten zu überschütten, die die Tiefe ihrer Wertschätzung widerspiegeln. Ob es um sein Aussehen, seine Intelligenz oder seine Weisheit geht, sie findet unendliche Gründe, um seine Vorzüge zu preisen und seine Präsenz in ihrem Leben zu feiern. Wenn sie sein Aussehen lobt, ist es keine oberflächliche Bemerkung, sondern eine aufrichtige Anerkennung seines einzigartigen Charmes und seiner Anziehungskraft. Sie bemerkt die kleinen Details, das Grückchen in seinem Lächeln, das Funkeln in seinen Augen, und lobt ihn für die mühelose Anmut, mit der er sich präsentiert. Ihre Worte sind wie eine sanfte Berührung, die seine Attraktivität bestätigt und ihn sich wertgeschätzt und begehrt fühlen lässt. Ähnlich ist es, wenn sie seine Intelligenz lobt, eine Bestätigung ihres Respekts für seinen Verstand und seine Einsicht. Sie bewundert sein Wissen und seine Fähigkeit, über die Oberfläche hinaus zu blicken, und erkennt ihn als eine Quelle der Inspiration und Weisheit in ihrem Leben an. Ihre Komplimente sind keine leeren Schmeicheleien, sondern echte Ausdrücke von Ehrfurcht und Bewunderung für die Brillanz seines Geistes. Und wenn sie seine Weisheit anerkennt, ist es ein Ausdruck ihres tiefen Respekts für seine Lebenserfahrung und Perspektive. Sie sucht seinen Rat und schätzt seine Ratschläge, wohlwissend, dass er im Laufe der Jahre ein reicher Erfahrungsschatz angehäuft hat. Ihre Komplimente bestätigen seine Weisheit und erinnern ihn daran, welch tiefgreifenden Einfluss er auf ihr Leben hat. In jedem Kompliment, das sie ihm macht, offenbart sie die Tiefe ihrer Zuneigung und Bewunderung, sie stärkt ihn und bestätigt seinen Wert in ihren Augen. Jedes Wort ist wie ein Pinselstrich auf der Leinwand ihrer Beziehung, der ein Porträt von Liebe und Bewunderung malt, das mit jeder aufrichtigen Äußerung reicher wird. Fünfter, sie sucht aktiv nach Momenten der Einsamkeit mit ihm und genießt die Chance, ihre Verbindung fernab der Ablenkungen der Welt zu vertiefen. Ob sie nun intime Kaffeetreffen in gemütlichen Cafés arrangiert oder ruhige Abendessen in gedämpft beleuchteten Restaurants plant, sie schafft Umgebungen, in denen sie sich ausschließlich aufeinander konzentrieren können. Ihr Verlangen, Zeit allein mit ihm zu verbringen, wird nicht nur von Bequemlichkeit oder Zufall getrieben, sondern von einer echten Sehnsucht, die Tiefe ihrer Bindung zu erkunden. Mit jeder Einladung und jedem sorgfältig ausgearbeiteten Plan demonstriert sie ihr Engagement, ihre Beziehung zu pflegen und gemeinsam bleibende Erinnerungen zu schaffen. Während ihrer Kaffeetreffen genießt sie jeden Schluck ihres Latte, während sie sich in tiefgründigen, bedeutsamen Gesprächen verlieren, die das gesamte Spektrum menschlicher Erfahrungen umfassen. Vom Austausch ihrer Hoffnungen und Träume bis hin zum Teilen ihrer innersten Ängste und Unsicherheiten legen sie ihre Seelen in der tröstenden Umarmung der Anwesenheit des anderen offen. Während ihrer ruhigen Abendessen ist die Atmosphäre von Romantik geprägt, während sie bei Kerzenlicht dinieren und sich in die verzaubernden Melodien leiser Hintergrundmusik verlieren. Über den Tisch hinweg treffen sich ihre Blicke in stummem Verständnis und sagen mehr als Worte es je könnten. In diesen gestohlenen Momenten des Zusammenseins schmieden sie eine Bindung, die Raum und Zeit überwindet und sie in einer Welt voller Chaos und Unsicherheit aneinander bindet. Durch diese gemeinsamen Erlebnisse schafft sie eine Zuflucht, in der sie den Anforderungen des Alltags entkommen und sich in der Wärme ihrer Liebe sonnen können. Jeder Moment, den sie allein mit ihm verbringt, ist ein Schatz, der geschätzt werden sollte, eine Erinnerung an die tiefe Verbindung, die sie teilen, und die unendlichen Möglichkeiten, die auf ihrem gemeinsamen Weg vor ihnen liegen. Sechster Als sie sich von der magnetischen Aura seiner Anwesenheit umhüllt findet, durchläuft sie eine subtile Verwandlung. Ihr sonst so gefasstes Wesen weicht einem Zusammenspiel aus nervöser Energie und aufgeregtem Flattern. Jede Phase ihres Seins scheint vor Aufregung zu vibrieren, während sie den filigranen Tanz der Emotionen navigiert, den seine Nähe in ihr entfacht. Ihre normalerweise ruhigen Hände verraten ihre Nervosität, sie spielen mit einzelnen Haarsträhnen oder zeichnen unbewusst Muster auf die Tischdecke. Trotz ihres besten Bemühens, ihre Fassung zu bahnen, verraten ihre Finger ihre innere Unruhe und tanzen nach dem schnellen Puls ihres Herzens. Ihr Atem stockt in ihrem Hals, flache Atemzüge kämpfen darum, die Schmetterlinge zu bändigen, die in ihrem Bauch Nachflug suchen. Die Vorfreude auf seine Ankunft schickt prickelnde Wellen durch ihre Adern und elektrisiert jeden Nerv mit einer kraftvollen Mischung aus Aufregung und Anspannung. Ihr Herz schlägt wie eine Trommel in ihrer Brust, der rhythmische Takt spiegelt die turbulenten Emotionen wider, die in ihr wirbeln. Bei jedem flüchtigen Blick in seine Richtung spürt sie einen Adrenalinschub durch ihre Adernströmen, der ihre Sinne schärft und ihr Bewusstsein für seine Präsenz schärft. Und doch, unter den oberflächlichen Zittern der Nervosität, liegt ein tiefgreifendes Gefühl der Begeisterung, eine aufregende Vorfreude auf die Augenblicke, die zusammen mit ihm noch kommen werden. Denn hinter ihrem nervösen Herumspielen und ihrer unruhigen Bewegung verbirgt sich ein glitzern der Aufregung, ein schimmernder Leuchtturm der Hoffnung, der den Weg vor ihr erleuchtet und sie zum Potenzial von Liebe und Verbundenheit hinzieht. In dem komplexen Gewebe von Emotionen, das sie um ihn herum biebt, gibt es einen Faden von Besitzanspruch und Eifersucht, der an ihren Herzen zieht, wann immer andere Frauen es wagen, ihren Blick in seine Richtung zu werfen. Es ist eine instinktive, urtümliche Reaktion, geboren aus der tief verwurzelten Angst davor, den Gegenstand ihrer Zuneigung an eine andere zu verlieren. Wenn sie den schwächsten Hauch von Flirten seitens einer anderen Frau spürt, baut sich ein Sturm in ihr zusammen, der mit einer kraftvollen Mischung aus Unsicherheit und Besorgnis brodelt. Ihr Lächeln mag ins Wanken geraten, ihre Augen von einer unausgesprochenen Unruhe getrübt, während sie das Geschehen vor sich entfalten sieht. Obwohl sie ihre Gefühle hinter einer Fassade der Gleichgültigkeit zu verbergen versucht, sind die deutlichen Anzeichen von Eifersucht auf ihrem Gesicht geschrieben, für diejenigen, die genau hinsehen. Ihr Besitzanspruch zeigt sich in subtilen, aber unverkennbaren Weisen ein sanftes Ziehen an seinem Ärmel, um ihn näher zu sich zu ziehen, eine besitzergreifende Hand auf seinem Arm platziert, als ob sie ihr Territorium für alle sichtbar markiert. Sie streut sich bei dem Gedanken, dass jemand in die heilige Bindung eindringt, die sie teilen, und verteidigt sie energisch gegen jegliche wahrgenommene Bedrohungen. Und doch liegt unter der Oberfläche der Eifersucht eine Verletzlichkeit, eine Angst vor Unzulänglichkeit und Ablehnung, die von innen an ihr nagt. In diesen Momenten der Unsicherheit rennt sie mit ihren inneren Dämonen und kämpft mit der Angst, nicht genug zu sein, um seine Aufmerksamkeit und Zuneigung zu halten. Aber trotz des Aufruhrs der widersprüchlichen Gefühle gibt es auch einen Hauch von Hoffnung eine flackernde Flamme der Entschlossenheit, die sich weigert zu erlöschen. Denn in den Schmelztiegel der Eifersucht liegt eine Chance für Wachstum und Selbsterkenntnis eine Gelegenheit, ihre Ängste direkt anzugehen und stärker und widerstandsfähiger daraus hervorzugehen als zuvor. Und so lenkt sie ihre Eifersucht als Treibstoff für das Feuer ihrer Leidenschaft, nutzt sie als Katalysator, um ihre Verbindung zu vertiefen und ihre Hingabe zueinander aufs Neue zu bekräftigen. Am Ende ist es die Liebe, die über die Eifersucht triumphiert, sie in einer unzerbrechlichen Bindung zusammenhält, egal welche Herausforderungen ihnen begegnen mögen. Achter, wenn es um Angelegenheiten der Intimität und Romantik geht, geht sie das Gespräch mit einer erfrischenden Offenheit und Ehrlichkeit an, die das Vertrauen und die Verbundenheit widerspiegelt, die sie mit ihm teilt. Im Gegensatz zu anderen, die möglicherweise vor der Diskussion solch sensibler Themen zurückschrecken, begrüßt sie sie mit ganzem Herzen und betrachtet sie als Chance, ihre Bindung zu vertiefen und ihre Beziehung zu stärken. Mit selbstbewusster Haltung und einem Funkeln in den Augen bringt sie das Thema mühelos zur Sprache und ist nicht ängstlich, die Feinheiten von Liebe und Verlangen in ihren Gesprächen zu erkunden. Ob es darum geht, ihre Fantasien und Sehnsüchte zu teilen oder über ihre Hoffnungen und Erwartungen für die Zukunft zu sprechen, sie geht jede Diskussion mit einer unerschütterlichen Ehrlichkeit und Authentizität an, die erfrischend und befreiend zugleich ist. Ihre Bereitschaft zu solch verwundbaren Gesprächen spricht Bände über ihre Hingabe zu ihrer Beziehung und ihr Bestreben, eine tiefe emotionale Verbindung zu ihm zu pfliegen. Sie betrachtet diese Gespräche als Chance, die Schichten ihrer Seelen aufzudecken und die rohen, unverfälschten Wahrheiten zu enthüllen, die unter der Oberfläche liegen. Mit jedem Eintauchen in die Bereiche von Intimität und Romantik fühlt sie sich ihm gegenüber verletzlich und offenbart ihre tiefsten Ängste und Unsicherheiten sowie ihre kostbarsten Träume und Sehnsüchte. Im Gegenzug hört er gebannt zu, seine Augen strahlen Wärme und Verständnis aus, während er ihre Verletzlichkeit mit seiner eigenen erwidert. Gemeinsam navigieren sie durch die Komplexitäten von Liebe und Verlangen und schmieden eine Bindung, die über die physische Welt hinausgeht und in die Tiefen ihrer gemeinsamen Menschlichkeit vordringt. In ihren offenen und ehrlichen Gesprächen über Intimität und Romantik finden sie Trost und Sicherheit, im Wissen, dass sie sich gegenseitig stützen und verstehen können, egal welche Herausforderungen auftreten mögen. Neunter ihr Wunsch, ihn mit ihrer Anziehungskraft und ihrem Charme zu fesseln, kennt keine Grenzen und sie schont keine Mühe, sich mit sorgfältiger Pflege und Liebe zum Detail zu schmücken. Jedes Outfit, das sie wählt, jedes Accessoire, mit dem sie sich schmückt, wird sorgfältig ausgewählt, um ihre natürliche Schönheit zu betonen und einen bleibenden Eindruck bei ihm zu hinterlassen. Von dem Moment an, in dem sie aufwacht, widmet sie sich der Kunst der Verwandlung, indem sie ihr Spiegelbild in eine Leinwand verwandelt, auf der sie ihre Wünsche malt. Mit geschickten Fingern und einem geschulten Blick für Stil wählt sie das perfekte Ensemble aus, das die empfindliche Balance zwischen Eleganz und Anziehungskraft trifft und dafür sorgt, dass jede Kurve und Kontur perfekt betont wird. Sie ist stolz auf ihr Erscheinungsbild und behandelt jeden Moment, den sie damit verbringt, sich auf ihre Begegnung vorzubereiten, als Gelegenheit, ihr Selbstvertrauen und ihre Raffinesse zur Schau zu stellen. Ob es ein subtiler Hauch von Lippenstift oder eine gewagte Wahl der Kleidung ist, sie erfreut sich an der Vorfreude auf seine Reaktion und weiß, dass ihre Bemühungen nicht unbemerkt bleiben werden. Wenn sie hinaus in die Welt tritt, zeigt sie sich mit einer Haltung von Anmut und Eleganz, strahlendes Selbstbewusstsein und Anziehungskraft bei jedem Schritt. Ihre Ausstrahlung ist magnetisch, sieht ihn an wie ein Mottenlicht und er kann seinen Blick nicht von ihrer fesselnden Schönheit abwenden. Doch jenseits des oberflächlichen Scheins von Mode und Stil liegt eine tiefere Wahrheit, ein tiefer Wunsch, für das gesehen und geschätzt zu werden, was sie wirklich ist. In ihren Bemühungen, ihn zu beeindrucken, sucht sie nicht nur seine Bewunderung, sondern auch seine Akzeptanz und sehnt sich nach einer Verbindung, die über die physische Ebene hinausgeht und die Tiefen ihrer Seelen berührt. Und so kleidet sie sich nicht nur, um ihn zu beeindrucken, sondern auch um sich auszudrücken, um die Tiefe ihrer Emotionen und die Intensität ihrer Wünsche durch die Sprache von Mode und Stil zu vermitteln. Denn in der Kunst des Schickmachens liegt ein tiefer Ausdruck der Liebe, eine stille Erklärung ihrer Bindung an ihre Beziehung und ihrer unerschütterlichen Hingabe an ihn. Sehnte ihre Neugier kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, in das reiche Geflecht seiner Lebenserfahrungen, Hobbys und Interessen einzutauchen. Mit einem unstillbaren Wissensdurst und dem echten Wunsch, ihn auf einer tieferen Ebene zu verstehen, taucht sie voller Begeisterung in jeden Aspekt seiner Welt ein und strebt danach, die Komplexität seiner Leidenschaften und Vorhaben zu ergründen. Von dem Moment an, in dem er anfängt, seine Geschichten und Erfahrungen zu teilen, leuchten ihre Augen vor echtem Interesse und Enthusiasmus auf. Sie hängt an seinen Lippen, als wären seine Worte kostbare Juwelen zum Behüten. Sie hört aufmerksam zu, nimmt jedes Detail mit offenen Herzen und aufmerksamem Geist auf und ist bestrebt, Einblicke in das Wesen seiner wahren Persönlichkeit zu erhalten. Wenn er ihr von seinen Abenteuern und Erfolgen berichtet, fühlt sie sich in das bunte Geflecht seines Lebens hineingezogen und staunt über die Fülle und Vielfalt seiner Erfahrungen. Ob es seine Liebe zur Fotografie, seine Leidenschaft für Wanderungen oder seine Faszination für die Geschichte der Antike ist, sie begegnet jeder neuen Offenbarung mit Staunen und Erfolgt und ist begierig, von ihm zu lernen und an seiner Freude teilzuhaben. Doch ihr Interesse geht über bloße Neugier hinaus. Es ist ein echtes Bedürfnis, eine tiefere Verbindung zu ihm aufzubauen und eine Bindung zu schaffen, die über die Oberflächlichkeit des Alltags hinausgeht. Sie betrachtet seine Hobbys und Interessen nicht nur als Freizeitbeschäftigungen, sondern als Fenster zu seiner Seele als Spiegelbild seiner Werte, Aspirationen und Träume. Und so macht sie es sich zur Aufgabe, aktiv an seiner Welt teilzunehmen, sei es indem sie ihn auf Naturwanderungen begleitet, gemeinsam Museen erkundet oder sogar selbst eine Kamera in die Hand nimmt, um die Schönheit der Welt durch seine Augen einzufangen. Dabei vertieft sie nicht nur ihre Verbindung zueinander, sondern entdeckt auch neue Facetten ihrer eigenen Persönlichkeit, indem sie durch die gemeinsamen Erlebnisse ihr eigenes Leben bereichert. Durch ihr aufrichtiges Interesse und ihre Bereitschaft, von ihm zu lernen, zeigt sie ihm ihre unerschütterliche Unterstützung und Hingabe für ihre Beziehung und schafft so eine Grundlage gegenseitigen Respekts und Verständnisses, die das Fundament ihrer Liebe bildet. Und auf der gemeinsamen Entdeckungsreise, die sie zusammen unternehmen, finden sie nicht nur Begleitung, sondern auch ein tiefes Gefühl von Erfüllung und Freude, dass das Gewöhnliche übersteigt. Elfter ihr Gelächter tanzt wie Musik in der Luft, wann immer er einen seiner witzigen Witze oder Anekdoten teilt, jeder Ton Widerhalt von echter Fröhlichkeit und Freude. Es liegt ein Funkeln in ihren Augen und eine Wärme in ihrem Lächeln, während sie sich in der Freude seiner Gesellschaft schwelgt und sich zu seiner magnetischen Persönlichkeit hingezogen fühlt wie ein Mottenlicht zur Flamme. Sein Humor hat die Fähigkeit, selbst die dunkelsten Tage aufzuhellen, ihre Stimmung zu heben und den Raum mit ansteckendem Lachen zu füllen. Ob es sich um einen cleveren Wortwitz, einen verspielten Scherz oder einen gut geteamten Pronken handelt, sie kann dem Charme seines Witzes nicht widerstehen und gibt sich Lachanfällen hin, die sie atemlos zurücklassen. Doch es ist nicht nur sein Sinn für Humor, der sie fasziniert, es ist die Essenz dessen, wer er ist, die einzigartige Mischung aus Eigenschaften und Marotten, die ihn absolut unwiderstehlich machen. In seiner Gegenwart fühlt sie sich lebendig und belebt, als ob jeder Moment mit ihm ein Abenteuer ist, das darauf wartet, sich zu entfalten. Sie hinnt an seinen Lippen, begierig darauf, die vielen Facetten seiner Persönlichkeit zu erkunden und die Tiefen seiner Seele zu entdecken. Es gibt ein Mysterium um ihn, eine rätselhafte Qualität, die sie fasziniert und sie immer wieder zurückkehren lässt. Mit jedem vergehenden Moment findet sie sich tiefer unter seinem Bann, unfähig, dem magnetischen Sog seiner Anwesenheit zu widerstehen. Und so lacht sie nicht nur, weil seine Witze lustig sind, sondern weil sein Lachen ansteckend ist, seine Freude ansteckend. In seiner Gesellschaft findet sie Trost und Kameradschaft, eine verwandte Seele, die sie auf eine Weise versteht, wie es sonst niemand kann. Denn in der Wärme seines Lachens und dem Funkeln seiner Augen findet sie ihr Zuhause im Frieden umarmt von seiner fesselnden und faszinierenden Gegenwart. Zwölfter mit einem Herzen voller Hoffnung und Vorfreude wagt sie den mutigen Schritt, tiefgründige Gespräche über ihre gemeinsame Zukunft und die Möglichkeit, gemeinsam eine romantische Reise anzutreten, in Gang zu bringen. Es ist eine zarte, aber bedeutsame Geste, die die Tiefe ihrer Gefühle und ihren aufrichtigen Wunsch enthüllt, die Potenziale ihrer Beziehung über den gegenwärtigen Moment hinaus zu erkunden. In diesen stillen Momenten der Intimität sammelt sie ihren Mut und bringt das Thema mit sanfter Berührung und einem beruhigenden Lächeln zur Sprache, wobei sie ihre Worte sorgfältig wählt, um ihre Hoffnungen und Träume für die Zukunft zu vermitteln. Mit jeder aufrichtigen Äußerung legt sie ihre Verletzlichkeit offen, sie legt die rohen Emotionen frei, die unter der Oberfläche liegen, während sie ihre Vorstellung davon artikuliert, was ihre Liebe werden könnte. Sie spricht von Träumen, die noch erfüllt werden müssen, von Abenteuern, die darauf warten, geteilt zu werden, und malt lebendige Bilder eines Lebens, das mit seinem Leben verbunden ist, ein Leben voller Liebe, Lachen und endloser Möglichkeiten. Mit unerschütterlicher Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit teilt sie ihre tiefsten Wünsche und Ängste und lädt ihn ein, sie auf eine Reise der Erforschung und Entdeckung einzuladen, die keine Grenzen kennt. Während sie tiefer in den Bereich des Möglichen eintauchen, findet sie sich auf unvorstellbare Weise öffnend, indem sie ihm ihre intimsten Gedanken und Gefühle anvertraut. In seiner Gegenwart fühlt sie sich sicher und geborgen, wissend, dass er ihre Verletzlichkeit schätzt und ihre Ehrlichkeit respektiert. Aber jenseits der ausgetauschten Worte und geteilten Träume liegt ein tiefes Gefühl der Verbundenheit, eine Bindung, die in der Schmelze gegenseitigen Verständnisses und Akzeptanz geschmiedet wurde. In ihrer Bereitschaft, diese Gespräche anzustoßen, zeigt sie ihr unerschütterliches Engagement für ihre Beziehung und legt den Grundstein für eine Liebe, die den Test der Zeit besteht. Denn in diesen Momenten der Verletzlichkeit und Wahrheit entdecken sie die wahre Essenz ihrer Liebe, eine Liebe, die auf Vertrauen gegründet ist, von Leidenschaft genährt wird und grenzenlose Potenziale birgt. Während sie Hand in Hand zum Horizont blicken, finden sie Trost in dem Wissen, dass ihre Zukunft eine leere Leinwand ist, die darauf wartet, mit den Farben ihrer gemeinsamen Träume und Ziele gemalt zu werden. Dreizehnte Eis der Funke der Anziehung zwischen ihnen entfacht wie eine Flamme, die in der Dunkelheit tanzt, fühlt sie sich unwiderstehlich hingezogen zu dem verspielten Flirttanz, der sich zwischen ihnen entfaltet. Mit einem verschmitzten Glitzern in den Augen und einem spielerischen Lächeln auf den Lippen umarmt sie die Kunst der Verführung mit müheloser Anmut und Scham, die ihn völlig fesseln. In ihren Interaktionen strahlt sie eine magnetische Energie aus, die die Luft elektrisiert und jeden Moment mit einer verlockenden Vorfreude und Aufregung erfüllt. Ob es eine subtile Berührung ihrer Hand an seinem Arm ist oder ein neckischer Augenaufschlag quer durch den Raum, sie erfreut sich daran, die Flammen des Verlangens, die zwischen ihnen hell brennen, anzufachen. Ihre Worte sind mit doppeldeutigen Anspielungen und Andeutungen durchzogen, jeder spielerische Kommentar eine verführerische Einladung, sich dem berauschenden Spiel der Verführung hinzugeben. Mit jeder geistreichen Erwiderung und flirrt die Bemerkung spinnt sie ein Netz aus Intrigen und Verlangen, das ihn näher zieht und das Feuer der Leidenschaft schürt, das unter der Oberfläche schwillt. Aber es ist nicht nur ihre Worte, die verlocken und verführen, es ist die Art, wie sie sich bewegt, wie sie lacht, wie sie seinen Blick mit einer Intensität hält, die ihn atemlos macht. In ihrer Gegenwart fühlt er sich lebendig und erfrischt, als ob jeder Moment, den er mit ihr verbringt, ein aufregendes Abenteuer ist, das darauf wartet, sich zu entfalten. Während sie sich in ihrem verspielten Wortwechsel und den flirtenden Austauschen verlieren, erfreut sie sich an dem berauschenden Adrenalinschub, der durch ihre Adern fließt, berauscht von der reinen Begeisterung ihrer Verbindung. Denn in diesen gestohlenen Momenten des Flirts und der Verspieltheit entdeckt sie eine Freiheit und Befreiung, die sowohl aufregend als auch stärkend ist, eine Erinnerung daran, dass Liebe genossen und in vollen Zügen genossen werden soll. In dem Flirtanz, der zwischen ihnen entfaltet, findet sie sich dabei, die Ketten der Hemmungen abzulegen und die berauschende Anziehungskraft des Verlangens zu umarmen. Und während sie sich dem unwiderstehlichen Sog der Anziehung hingeben, entdecken sie eine Leidenschaft, die keine Grenzen kennt, eine Leidenschaft, die hell in den Tiefen ihrer Seelen brennt und eine Liebe entzündet, die so feurig wie unausweichlich ist. Vierzehnter mit wachsamem Blick und einem mitfühlenden Herzen taucht sie in die Feinheiten seiner Persönlichkeit ein und verinnerlicht jedes Detail, als ob jeder nuancierte Zug ein kostbarer Edelstein wäre, der geschätzt werden sollte. Von seiner Lieblingsfarbe bis zu seiner liebsten Kindheitserinnerung nimmt sie die kleinen Dinge, die ihn ausmachen, zur Kenntnis und webt ein Geflecht des Verständnisses und der Wertschätzung, das sie in einer Bindung des gegenseitigen Bewunderns und Respekts vereint. In ihren Gesprächen lauscht sie mit unerschütterlicher Aufmerksamkeit und hängt an seinen Worten, als wären sie ein Geheimnis, das aus den Tiefen seiner Seele geflüstert wird. Sie merkt sich seine Vorlieben und Abneigungen, seine Leidenschaften und kleinen Ärgernisse und speichert jedes Stückchen Information wie eine fleißige Studentin, die für eine Prüfung lernt. Wenn er beiläufig sein Lieblingsbuch oder seinen Lieblingsfilm erwähnt, macht sie sich geistige Notizen, um ihn mit einem durchdachten Geschenk zu überraschen oder eine besondere Filmmacht nur für die beiden zu planen. Falls er einen bestimmten kulinarischen Geschmack oder ein Lieblingsrestaurant erwähnt, behält sie es im Hinterkopf und freut sich darauf, ihn mit einem kulinarischen Abenteuer zu verböhnen, das seine Geschmacksknospen reizt und ihn nach mehr verlangen lässt. Doch ihre Liebe zum Detail geht über bloße Praktikabilität hinaus, sie ist ein Ausdruck ihres tiefsitzenden Wunsches, auf einer tiefen Ebene eine Verbindung zu ihm herzustellen, die Feinheiten seiner Seele zu verstehen und die Geheimnisse seines Herzens zu enträtseln. Sie betrachtet seine Vorlieben und Abneigungen nicht als Kleinigkeiten, sondern als Fenster zu seinen innersten Gedanken und Gefühlen, die sie auf eine Entdeckungsreise führen, die keine Grenzen kennt. Und so nimmt sie sich die Zeit, seine Leidenschaften und Interessen kennenzulernen und taucht mit echtem Interesse und Staunen in seine Welt ein. Ob es darum geht, ihn auf eine Wanderung zu seinem Lieblingsplatz in den Bergen zu begleiten oder ihn mit Konzertkarten seiner Lieblingsband zu überraschen, sie erfreut sich daran, Teil der Dinge zu sein, die ihm Freude bereiten, und schmiedet damit eine Verbindung, die das Gewöhnliche überwindet und mit jedem Tag tiefer wird. Denn in ihrer unerschütterlichen Aufmerksamkeit für Details und ihrem aufrichtigen Interesse an seinem Leben zeigt sie ihre Liebe und Hingabe auf eine tiefgründige Weise und bekräftigt seinen Wert und seine Bedeutung in ihren Augen mit jeder durchdachten Geste und freundlichen Handlung. Und in der Wärme ihrer Umarmung und der Aufrichtigkeit ihres Lächelns findet er Trost und Geborgenheit in dem Bewusstsein, dass er von derjenigen, die sein Herz in ihren Händen hält, wirklich gesehen und geschätzt wird. In dem komplizierten Tanz ihrer Beziehung wendet sie sich ihm als Säule der Stärke und Weisheit zu. Sie sucht seinen Rat und schätzt seine Meinung in einer Erfurcht, die Bände über ihr Vertrauen und ihren Respekt für ihn spricht. Mit jeder gestellten Frage und jeder Krise schaut sie zu ihm als ein Leidlicht, zuversichtlich, dass er Einblicke und Perspektiven bieten kann, die ihren Weg erhellen werden. Ihr Vertrauen in ihn reicht tief, verwurzelt im festen Glauben, dass er stets ihr Wohl im Sinn hat und sie stets in die richtige Handlung lenken wird. Ganz gleich, ob es um Groß- oder Kleinangelegenheiten geht, nährt sie sich ihm mit offenem Herzen und der Bereitschaft zuzuhören, in dem Wissen, dass seine Worte das Gewicht von Erfahrung und Weisheit eines Lebens tragen. Während er seine Gedanken und Meinungen mit ihr teilt, hängt sie an jedem einzelnen Wort, nimmt seine Einsichten mit Erfurcht und Bewunderung in sich auf. Sie schätzt seine Perspektive nicht nur wegen ihrer praktischen Weisheit, sondern auch wegen der tieferen Wahrheiten, die sie über die Natur ihrer Beziehung und die Tiefe ihrer Verbindung enthüllen. Doch ihr Respekt für ihn geht über die bloße Bewunderung seines Intellekts oder seiner Expertise hinaus. Es ist eine tiefgreifende Anerkennung seines Wertes als Partner und eine Würdigung der einzigartigen Rolle, die er in ihrem Leben spielt. Sie sieht in ihm nicht nur eine Quelle von Ratschlägen, sondern auch einen Vertrauten und Begleiter, einen treuen Verbündeten, der in guten und schlechten Zeiten an ihrer Seite steht. Und so wendet sie sich in Zeiten der Unsicherheit und Entscheidungsfindung an ihn und findet Trost und Support in seiner beständigen Präsenz und unerschütterlicher Unterstützung. In seiner Führung findet sie Klarheit und Orientierung, beruhigt durch die Gewissheit, dass sie nicht alleine ist bei der Navigation durch die Komplexitäten des Lebens. Denn in ihrer Bereitschaft, seinen Rat zu suchen und seine Meinung zu schätzen, zeigt sie ihre Liebe und Achtung auf die tiefste Weise. Sie bekräftigt seine Bedeutung in ihrem Leben und irrt die Bindung, die sie teilen, mit jeder gestellten Frage und jeder gegebenen Antwort. In dem gegenseitigen Vertrauen und Respekt, das ihre Beziehung definiert, finden sie Stärke und Stabilität und schmieden eine Partnerschaft, die dazu bestimmt ist, den Test der Zeit zu bestehen. Sechzehnte im zärtlichen Umarmen ihrer Verbindung findet sie sich dabei, die Rüstung der Selbstbehauptung abzuwerfen und ihm in Momenten ehrlicher Verletzlichkeit ihre Seele offen zu legen. Mit zitternder Stimme und einem entblüsten Herzen teilt sie die tiefsten Bereiche ihres Seins mit ihm die Freuden, die Leiden, die Triumphe und die Kämpfe, die das Wesen dessen formen, wer sie ist. In seiner Gegenwart fühlt sie eine Befreiung die Freiheit, sich auszudrücken, ohne Angst vor Verurteilung oder Ablehnung. Sie weiß, dass er ein sicherer Hafen im Sturm des Lebens ist, ein Zufluchtsort, an dem sie Schutz vor dem Chaos der Welt suchen kann und Trost in der Wärme seines verständnisvollen Blicks findet. Und so öffnet sie sich ihm mit einer durch Liebe und Vertrauen geborenen Tapferkeit, offenbart die Narben, die ihr Herz zieren, und die Träume, die im Schatten ihres Geistes tanzen. Sie teilt die Geschichten ihrer Vergangenheit die Momente des Triumphs und die Wunden der Niederlagen wissend, dass er sie behutsam in seinen Händen halten und ihnen die Achtung entgegenbringen wird, die sie verdienen. Doch ihre Verletzlichkeit geht über bloße Geständnisse hinaus. Sie ist eine Einladung zur Intimität, eine Bitte um Verbindung, die die Grenzen der physischen Welt überschreitet. In ihrer Bereitschaft, ihre innersten Gedanken und Gefühle preiszugeben, lädt sie ihn ein, mit ihr durch die Tiefen ihrer Seele zu reisen, um die Feinheiten ihres Wesens zu erforschen und die Essenz ihrer Wahrheit zu entdecken. Und während er mit gespannter Aufmerksamkeit zuhört, sein Herz offen und sein Geist empfänglich, wird er Zeuge der Schönheit und des Schmerzes, die in ihr wohnen. Er bietet eine stille Präsenz, die Bände über seine Liebe und Hingabe spricht. Mit jeder geteilten Offenbarung schmieden sie eine Verbindung, die durch die Verletzlichkeit ihrer Ehrlichkeit gestärkt wird, sie weben einen Teppich aus Intimität und Verbindung, der sie in einer Liebe verbindet, die so zärtlich wie beständig ist. Denn im Schmelztiegel der Verletzlichkeit liegt die wahre Essenz ihrer Beziehung ein heiliges Vertrauen, das über Worte hinausgeht und sie in einer unzerbrechlichen, unerschütterlichen und ewigen Bindung vereint. Und in dem heiligen Raum ihrer geteilten Verletzlichkeit finden sie Trost und Stärke, in dem Wissen, dass sie von demjenigen gesehen und geschätzt werden, der ihr Herz in seinen Händen hält. Siebzehnter im sanften Tanz der Intimität. Drückt sie ihre Zuneigung durch die Sprache der Berührung aus und webt mit jedem subtilen Liebkosen und zarten Gestus ein Geflecht der Verbundenheit. Wie eine zarte Brise, die über die Haut wispern, ist ihre Berührung flüchtig und tiefgründig zugleich und hinterlässt eine Spur von Wärme und Sehnsucht. Mit einem sanften Streicheln ihrer Hand über seinen Arm oder einer liebevollen Berührung ihrer Finger durch sein Haar kommuniziert sie ihre Liebe und Zuneigung auf intime Weise. Ihre Berührung ist nicht nur körperlich, sondern auch ein Ausdruck der tiefen emotionalen Bindung, die sie teilen, eine stille Gewissheit, dass sie auf einer Ebene verbunden sind, die Worte übersteigt. Wenn sie Seite an Seite sitzen, fühlt sie sich von seiner Wärme angezogen und sucht Trost in der tröstenden Umarmung seiner Gegenwart. Ob sie sich nah an ihn lehnt, um ein geflüstertes Geheimnis zu teilen oder ihren Körper zärtlich an seinen presst, sie genießt die Nähe, die sie teilen, und schätzt jeden Moment, den sie im Schutz seiner Arme verbringt. Aber ihre Berührung ist nicht nur eine Geste der Zuneigung, sondern eine subtile Einladung zur Intimität, ein stummer Appell nach Verbindung, der Bände über ihr Verlangen spricht, ihm nahe zu sein. In dem sanften Druck ihrer Hand auf seine, drückt sie ihre Sehnsucht nach seiner Berührung aus, ihr Verlangen, den Schlag seines Herzens gegen ihres zu spüren. Und während sie den zarten Tanz der Nähe und Verletzlichkeit meistern, finden sie Trost und Stärke in der einfachen Handlung der Berührung. Denn in der Wärme ihrer Umarmung und der Zärtlichkeit ihrer Gästen entdecken sie eine Liebe, die tiefgründig und beständig ist, eine Liebe, die die Grenzen von Zeit und Raum überschreitet und sie in einer Bindung vereint, die ebenso zeitlos wie heilig ist. Achtzehnter in Anwesenheit seiner Weisheit und Reife findet sie sich von einer tiefen und dauerhaften Bewunderung für den Mann, der er geworden ist, überschwemmt, als Höhepunkt jahrelanger Erfahrung, Wachstum und Durchhaltevermögen. Mit jedem vergehenden Moment staunt sie über die Tiefe seines Charakters und die Fülle seiner Lebensreise und findet Inspiration in dem Geflecht von Erfolgen und Meilensteinen, die seinen Weg zieren. Ihre Bewunderung ist nicht nur eine flüchtige Emotion, es ist eine tiefgründige Anerkennung seiner Widerstandsfähigkeit und Stärke, seiner Fähigkeit, die Stürme des Lebens zu überstehen und auf der anderen Seite stärker und weiser hervorzutreten. Ob es seine beruflichen Erfolge, seine Triumphe oder die Weisheit aus langjähriger Erfahrung sind, sie sieht in ihm eine Inspiration und ein Vorbild, dem man nachreifern kann. Mit jeder Erzählung von überwundenen Herausforderungen und bezwungenen Hindernissen wird sie in die Erzählung seines Lebens hineingezogen, hängt an seinen Lippen, als wären seine Worte heilige Schriften, die studiert und verehrt werden sollen. Sie hört mit gebanter Aufmerksamkeit zu, ihr Herz schwillt vor Stolz beim Gedanken an den Mann, der er geworden ist, und die unzähligen Lieben, die er mit seiner Weisheit und Freundlichkeit berührt hat. Aber ihre Bewunderung geht über die bloße Anerkennung seiner Leistungen hinaus, sie ist eine Feier seiner Essenz, der einzigartigen Mischung aus Eigenschaften und Tugenden, die ihn wirklich außergewöhnlich machen. Von seiner unerschütterlichen Integrität bis zu seinem grenzenlosen Mitgefühl sieht sie in ihm eine seltene Kombination aus Stärke und Sanftmut, Widerstandsfähigkeit und Demut, die ihn von den anderen abhebt. Und während sie ihre Bewunderung für ihn zum Ausdruck bringt, tut sie dies mit einer Erfolgt und Aufrichtigkeit, die Bände über ihren Respekt und ihre Wertschätzung für alles, was er ist, sprechen. Ob durch herzliche Lobesworte oder durch Taten der Freundlichkeit und Unterspitzung, sie versucht ihn auf jede erdenkliche Weise zu erheben und zu ehren und bestätigt seinen Wert und seine Bedeutung in ihren Augen mit jeder Geste der Bewunderung und Liebe. Denn in der Wärme ihrer Bewunderung und der Aufrichtigkeit ihres Lobes findet er Bestätigung und Zuspruch, wissend, dass er von der einen Person, die sein Herz in ihren Händen hält, wirklich gesehen und geschätzt wird. Und in der Verbindung, die sie teilen, geschmiedet in der Schmelztiegel des gegenseitigen Respekts und der Bewunderung, finden sie Trost und Stärke, vereint in einer Liebe, die so beständig wie tiefgründig ist. 19. Im Glutofen der Widrigkeiten tritt sie als standhafte Beschützerin und unerschütterliche Fürsprecherin hervor für den Mann, den sie innig in ihrem Herzen trägt. Mit entschlossener Entschlossenheit und unbeirrbarem Geist steht sie an seiner Seite wie eine standhafte Wichterin, bereit, ihn vor den Angriffen und Fallen der Welt zu schützen und seine Ehre mit jeder Phase ihres Seins zu verteidigen. Wenn sie mit herausfordernden Situationen konfrontiert wird, die seine Würde untergraben oder seinen Wert schwächen könnten, erhebt sie sich mutig und mit Überzeugung und weigert sich, vor der Widrigkeit zurückzuweichen. Ob es darum geht, Kritikern entgegenzutreten, die seine Leistungen herabmindern wollen, oder Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, die seinen Ruf schädigen wollen, sie begegnet jeder Hürde direkt und beharrlich in ihrer Verpflichtung, für das Richtige einzustehen. Ihre Schutzinstinkte sind tief verwurzelt in einer Liebe, die keine Grenzen kennt, und einer Loyalität, die keine Grenzen kennt. Sie sieht in ihm eine Seele, die Bewunderung und Respekt verdient, und sie lässt nichts unversucht, um sicherzustellen, dass er mit der Würde und dem Respekt behandelt wird, die er verdient. Und so wird sie zu seiner entschiedensten Fürsprecherin, seiner standhaftesten Verbündeten, seinem unerschütterlichen Champion in der Arena des Lebens. Mit jedem Wort, das sie spricht, und jeder Handlung, die sie unternimmt, versucht sie, ihn zu erheben und zu stärken, und bestätigt seinen Wert und seine Bedeutung in einer Welt, die oft danach strebt, ihn zu mindern und zu ignorieren. Aber ihr Schutz geht über bloße Worte und Handlungen hinaus, es ist ein stilles Versprechen, ein feierliches Gelöbnis, immer an seiner Seite zu stehen, in guten und in schlechten Zeiten. In ihrer unerschütterlichen Treue und hingebungsvollen Hingabe findet er Trost und Stärke, denn er weiß, dass er in seinen Kämpfen nie allein ist und dass er einen Schutzengel hat, der über ihn wacht, bereit, ihn bei Bedarf zu verteidigen. Denn im Glutofen der Widrigkeiten erstrahlt ihre Liebe am hellsten und erhält die Dunkelheit mit dem strahlenden Glanz ihres unerschütterlichen Engagements füreinander. Und in der Geborgenheit ihrer schützenden Umarmung findet er Zuflucht und Heiligtum, in der dem Wissen, dass er von derjenigen geschätzt und gewürdigt wird, die sein Herz in ihren Händen hält. Zwanzigster In der strahlenden Gegenwart seines Wesens durchläuft sie eine subtile, aber tiefgreifende Veränderung, eine Metamorphose, die sich in dem sprudelnden Funkeln in ihren Augen, dem ansteckenden Lachen, das von ihren Lippen tanzt, und der lebendigen Energie, die von ihr ausgeht, manifestiert. Wie eine Blume, die in der Wärme der Sonne badet, erblüht sie in seine Gegenwart, ihr Geist erfüllt von Freude und ihr Herz erfüllt von einer unbezwingbaren Begeisterung für das Leben. Wenn er sich nähert, spürt sie eine Welle der Aufregung durch ihre Adern pulsieren, die jeden Nerv mit einer starken Mischung aus Vorfreude und Begeisterung elektrisiert. Es ist, als ob seine bloße Anwesenheit die Macht hat, ein Feuer in ihr zu entfachen, ihre Sinne zu wecken und sie mit einem erneuerten Gefühl von Vitalität und Zielstrebigkeit zu erfüllen. Die Schatten des Zweifels und der Verzweiflung, die einst ihren Geist trübten, sind verschwunden und haben einer Aura von strahlendem Optimismus und grenzenloser Begeisterung Platz gemacht. Mit ihm an ihrer Seite fühlt sie sich unbesiegbar, als ob die Last der Welt von ihren Schultern genommen wurde und sie sich frei fühlt, zu neuen Höhen der Glückseligkeit und Erfüllung aufzusteigen. Ihre Stimmung wird spürbar leichter, ihr Lachen ansteckender, ihr Lächeln strahlender, während sie sich am einfachen Vergnügen seiner Gesellschaft erfreut. Ob sie sich in lebhafte Gespräche vertiefen oder einfach die stille Zweisamkeit genießen, findet sie Trost und Freude in dem Wissen, dass er neben ihr ist, eine konstante Quelle von Trost und Unterstützung. Doch es ist nicht nur ihre Stimmung, die sich verwandelt, es ist ihr gesamtes Wesen. In seiner Gegenwart fühlt sie sich lebendiger, lebendiger, authentischer als je zuvor. Sie wirft die Masken der Vorstellung und Unsicherheit ab, die sie einst gefangen hielten, und umarmt stattdessen die Fülle ihres Wesens mit einer furchtlosen Hingabe, die befreiend und ermächtigend ist. Während sie in der Wärme seiner Liebe und Akzeptanz badet, entdeckt sie einen neuen Sinn und Erfüllung, eine tief verwurzelte Überzeugung, dass sie genau dort ist, wo sie sein soll, bei dem Menschen, der sie auf unvorstellbare Weise vervollständigt. Denn in der transformierenden Kraft ihrer Verbindung findet sie Trost und Stärke, Freude und Erfüllung, in dem Wissen, dass sie geliebt und geschätzt wird von demjenigen, der ihr Herz in seinen Händen hält. Und im leuchtenden Glanz ihrer Liebe findet sie den Mut, die endlosen Möglichkeiten des Lebens zu ergreifen, im Wissen, dass mit ihm an ihrer Seite alles möglich ist. Einundzwanzigster im zarten Tanz der Verführung navigiert sie mit Anmut und Raffinesse durch das komplexe Netz der Begierde, das beinahe ins Arabene übergeht. Mit jedem koketten Kommentar und suggestiven Gästen gibt sie ihre Sehnsucht nach ihm in einer Sprache preis, die gleichermaßen verlockend wie verführerisch ist und ihn mit dem Versprechen ungeahnter Freuden, die noch kommen mögen, in ihren Bann zieht. Ihre Begehren nach ihm brennt wie ein Feuer in ihren Adern und entflammt jede Phase ihres Seins mit einem ureigenen Hunger, der keine Grenzen kennt. Und dennoch nährt sie sich ihm mit sanfter Berührung, ihre Worte und Handlungen gehüllt in die künstlerische Subtilität der Andeutung, die ihn bei jedem flüchtigen Blick und geflüsterten Andeutung nach mehr verlangen lässt. In ihren Gesprächen streut sie subtile Hinweise auf ihr Begehren wie Brotkommen auf einem Pfad aus, ihn mit dem Versprechen verbotener Früchte zu locken, die jenseits seiner Reichweite liegen. Ob es nun eine spielerische Bemerkung ist, die auf die Tiefe ihrer Leidenschaft hinweist, oder eine verweilende Berührung, die die Flammen der Begehrde entfacht, sie genießt die köstliche Spannung, die zwischen ihnen simmernd entsteht und kostet jeden Moment der Vorfreude aus, während sie sich unaufhörlich dem Rande der Ekstase nähern. Doch ihr Begehren ist nicht nur eine flüchtige Laune, es ist ein tiefes Sehnen, das in den Tiefen ihrer Seele widerhält, ein urwüchsiger Wunsch, der erfüllt werden will. Und so drückt sie ihre Sehnsucht nach ihm mit Kühnheit und Selbstbewusstsein aus, das ihre innersten Ängste und Unsicherheiten verbirgt, indem sie ihre Wünsche in einer Verletzlichkeit offenbart, die sowohl furchterregend als auch berauschend ist. Ob durch einen verweilenden Blick, der Bände über ihre Leidenschaft spricht, oder durch ein geflüstertes Geständnis ihrer tiefsten Fantasien lässt sie ihn atemlos zurück mit der Intensität ihres Begehrens, entfacht ein Feuer in ihm, das sie beide in seiner leidenschaftlichen Umarmung zu verschlingen droht. Im Taune der berauschenden Anziehung geben sie sich hin und entdecken eine Liebe, die die Grenzen von Zeit und Raum übersteigt und sie in einer Bindung vereint, die zeitlos und tiefgründig ist. Denn in den Flammen der Begierde, die zwischen ihnen brennen, finden sie Trost und Stärke, in dem Wissen, dass sie wahrhaftig gesehen und von demjenigen geschätzt werden, der ihr Herz in seinen Händen hält. Mit dieser Erforschung der Zeichen der Anziehung und Verbindung zwischen einer jüngeren Frau und einem älteren Mann in Altersunterschiedsbeziehungen haben wir uns in die Feinheiten menschlicher Gefühle und Interaktionen vertieft. Von subtilen Gästen bis hin zu tiefgreifenden Liebesbekündungen offenbart jeder Aspekt die Tiefe und Komplexität der Bindung, die sie teilen. Nun bist du an der Reihe, dich zu reflektieren. Was hast du aus diesen Erkenntnissen gelernt? Welcher Aspekt spricht dich am meisten an? Wir laden dich ein, deine Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Sag uns eine Sache, die du gelernt hast und wie du es in dein eigenes Leben umsetzen möchtest. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du es als erkenntnisreich empfunden hast, hinterlasse bitte deinen Kommentar unten und vergiss nicht, den Beitrag zu liken, zu teilen und unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, um weitere spannende Inhalte zu Beziehungen und menschlicher Verbindung zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen.